Willkommen, liebe Freunde, des Fundraising-Podcast-Video. Hier ist die Vorabfolge zur Serie aus Vancouver. Hier findet vom 1. bis 3. April die Fundraising-Konferenz der Association of Fundraising Professionals, also dem amerikanischen Fundraising-Verband, statt. Ich bin jetzt heute schon hier in Vancouver, gerade auf der Überfahrt nach Vancouver Island, wo wir ein wenig Urlaub machen werden. Und ich möchte diese kleine Vorabfolge auch nutzen, um ganz, ganz herzlich dem Deutschen Fundraising-Verband schon mal zu danken und dem Qualitätszirkel Telefon-Fundraising. Die beiden unterstützen nämlich diese Podcast-Folgen aus Vancouver. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich auf eine tolle Konferenz hier. Und euch grüße ich ganz herzlich jetzt schon mal aus Vancouver. Und wir hören und sehen uns dann wieder spätestens in zwei Wochen mit weiteren Podcast-Folgen hier aus Vancouver. Tschüss, euer Jan Ueckermann. Tschüss. 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 Whoo-jschy-jschy-joff. gem street Sä. Töckst! Töckst! es immer darkness, kom Konger, töckst! Säkst! Da. Ärsäkla,